Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich denke, wir kennen alle Payday 2 oder Payday 3, wo man hingehen muss und eine Bank oder einen Jubiläer oder sowas ausrauben muss. Jetzt stelle ich dir das Ganze vor mit unfassbar beschissener Grafik und man hat nur einen einzigen Arm. Das Ganze ist One-Armed-Robber, was ich letztens mit Rewi gespielt habe und es war unfassbar witzig. Und ich mache noch einen Banger-Joke. Hier, damit hast du nicht gerechnet, du Hohensohn. Guck mal da, Taschenrechner, verstehst du? So, und jetzt friss. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Ja, schrecklich. Und dir? Frau, kennst du es, wenn du so Leute, die du nicht so gut kennst, so fragst, wie es denen geht und die einfach so ein Stück zu real und so, Bro? Ja, Digga, wenn du so schon fragst, ja, so ist grad schwierig und so. Immer, wenn ich im Restaurant bin, so. Und, wie ist es heute? Ja, wenn ich ehrlich bin, also unter uns wirklich nicht gut. Also ich hab jetzt letzten... Dann fang ich erst mal an zu erzählen, weißt du? Bro, ich hasse das. So oft schon Hausverbot kassiert dafür, aber die Gratis-Therapiestunde nehmen wir mit, die kostet nichts, na und? Ja, okay, Kevin, ich bin ready. Wie findest du mich? Oh, keiner. Keiner wird mich finden. Wir sind auch so die größten Huren-Söhne, Digga. Nein, trust, trust, trust. Okay, yo. Dann rauben wir mal die Bank aus, Keule. Wie wäre es, dumm gesagt, wenn wir erst mal alle Zivilisten umbringen? Das ist mega hohl. Ja. Ich mach jetzt schon mal die Tür auf, Keule. Okay. Mal auf! Ja, ja, Bruder, es dauert. Warte, warte, warte. So, ist offen. Komm mal auf, wie geht das? Ist das scheiße. Okay, ich geh rein, ich geh rein. Okay, restricted area. Okay, wir müssen jetzt hier aufpassen auf die Kamera. Oh, da ist Gaut. Oh, Achtung, Achtung, Achtung! Ist keiner, alles gut. Bro, wie schnell! Okay. Ich hab ihn. Achtung, komm mal! Ah! Ah! Ich weiß, Kevin, es ist! Du hast nichts gesehen! Du hast nichts gesehen! Oh mein Gott, überall Bullen! Kevin, hinten kommt einer rein! Alright. Mach mal Escape, Voter-Restart. Ich glaube, wir müssen einfach neu starten. Nein, 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 nein! Ja! Okay, es ist alles gut gelaufen. Nein, 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 nein. Wie warst du alles gelaufen, Bro? Wir haben 10 Zivilisten getötet und 3 Polizisten. Nein, 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 nein! Wer ist er? So. Bro, hier ist doch niemand gestorben. Neustart, Neustart, Neustart. Wie ist das gerade passiert? Ich hab keine Ahnung, Bro. Ich hab diese Kamera nicht gesehen. Okay. Disable the cameras. Ich weiß nicht, ob wir die Kameras kaputt machen können. Ich glaube nicht. Okay, hier rechts ist auf jeden Fall direkt eine. Wo ist die? Hier. Doch, können wir. Okay, Kamera kaputt. Achtung! Zack. Okay, du musst dir diese Karten schnappen und wir müssen die... Arme, na komm. Ja, okay. Lass uns trotzdem gucken, wo Layout ist. Ne, lass einfach gleich. Alles gut, alles gut. Ich hab das unter Kontrolle. Alles gut. Und nochmal restart. GG, GG. Komm mal her. Man kann die Leute fesseln. Schau mal hier. Dick, was? Warum squattet der so? Junge, sitzt nicht da. Weil ich den gefesselt hab. Ich schieße ihm in die Eier. Kastri hat die Sau. Okay. Ist das scheiße. Ist das scheiße. Okay. Kevin, hier, komm mal her, komm mal her. Ich hab ne Idee, komm mal her. Komm mit. Nimm mal Duffelback, nimm mal Duffelback mit. Hattest du? Ja, ja, warte, warte. Ah, scheiß. Oh, Dicker. Digga, das ist so dumm. Milblad Parkinson wirf daneben. Das ist crazy. Okay. Hast der Plan. Hier oben, guck mal hier. Wir können hier rein. Wir können hier rein. Hier müssen wir halt straight einen Polizisten killen, ne? Ja, warte, wenn du... Nee, er ist weggemoved, er ist weggemoved. Nein, er steht direkt am Fenster. Wenn du die Tür aufmachst, geb ich ihm direkt durch ein Fenster einen Headshot. Ah doch, ja, 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 okay, okay. Und dann musst du sofort sein Ding nehmen, okay? Äh, was für ein Ding? Äh, seinen Schwanz, dann musst du ihn zweimal in den Mund nehmen. Nein, sein Handy-Ding. Ja, okay, okay, easy, easy, easy. Ich geh auf den Nose-Cope. Mach auf. Du musst aufmachen, damit ich Waffe-Ready hab. Der ist despawned. Ja, perfekt, perfekt. Den nicht killen, den nicht killen. Ich hab den, ich hab den gefesselt jetzt schon. Hier rein, hier rein erstmal. Auch den Zivi hier. Stell! Der ist den Kopf! Warte, was macht der jetzt mit dem geswaderten Typen? Schön, 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 okay? Okay, Leichen, Leichen alle hier rein. Leichen und Zivi hier rein. Ist das kacke, Bro. Ist das kacke. Okay, ich mach kürzer. Okay, so. Wir wollen gar nicht dein Geld, wir wollen deinen Arsch. Nein, nein, nein. Wir sind fürs Geld jetzt auch. Okay, sorry. Ja, ja, sind wir beide. Wir wollen beide das Geld, klar. Gucken wir hier gerade aus, ist dieses Stromding. Warte mal. Warte, ich move den Typen noch in das andere. Kamera, Kamera, Kamera. Hier ist ein Fenster. Ich klipp die Kamera. Nein, 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 Bro. What the fuck? Digga, im Tutorial war das Erste, was erklärt wurde. Wenn man eine Scheibe zerschießt, geht der Alarm los. Oh. Gut, dann stirbt jetzt das Zivi-Schwein. Das ist eine AR-47. Willst du sagen, dass du mental gerade stable bist? Hier gibt es nichts zu sehen. Okay, gut. Ja, neue Runde. Okay. Aber okay, jetzt haben wir es ausgearbeitet. Hier hätte doch einfach PD3 zeigen können. Das Ding hat eigentlich bessere Bewertungen. Tatsächlich. Siehst du ihn? Sollen wir den umbringen? Ich weiß nicht. Müssen wir, ne? Müssen wir, müssen wir. Müssen wir, ja. Oh, du hast neun Schüsse gebraucht für den. Maul. Digga, der Zivi-Dist hat nichts mitbekommen, Bruder. Er ist an seinem Wasserspendercheck gar nichts. Okay, hier ist ein Polizist drin. Können wir den auch einfach festnehmen? Nee. Stopp. So. Das ist ganz gut, weil der ist für die Kameras zuständig. Ja, ja, ja. Die Kameras sind jetzt tot quasi. Ganz kurz, kannst du dir das mal um den Schwanz packen? Ja, wie rum? Oder soll ich es mir in den Schwanz stecken sogar? Mein Junge, dieser Skin im Game. Wow, wow, ich mach Tricks, ich mach Tricks. Oh, wackelt das mit dir so. Okay, mach auf. Oh, oh, Achtung. Was ist da? Was ist da? Ah, da ist jemand, der bückt sich. Moist du Rolli oder Baldi? Er hat Angst. Ah, ist nur ein Zivi, ist nur ein Zivi. Was ein depressives Büro, Digga. Ohne Fenster. Bro, das sieht aus wie so eine Gummizelle hier. Bro, wir könnten ihn jetzt so rannehmen. Hast du Bock für das Rollplay? So. Und jetzt pack ich mal die Käsewurst aus, mein Lieber. Ja, komm, lass uns einfach runtergehen. Ist egal. Ist das klar. Okay, wir haben die zweite Kika. Hast du die mitgenommen? Ja. Ja, ich hab, ich hab. Nimm du den Schraubenzieher und lass uns runtergehen und dann machst du auf. Ja. Hier, 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 hier. Schnell rein, schnell rein. Disable du ihn. Ich mach die Zivis. Ich weiß ja nicht, wo noch so ein Ding hier ist zum Disablen. Hier, 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 Bro. Hier, 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 hier. Okay, okay. Dafür brauchen wir die Keycards. Check, check, check. Dafür brauchen wir die Keycards. Hab ich? Hab ich, hab ich. Ich komme. Ich hör's dir zu, Kumpel. Stand ganz woanders, aber danke. Schön, und jetzt hier müsste, ja, hier ist es. Boom, Alarm aus, let's go. Das sieht so dumm aus. Okay, nice. Jetzt brauchen wir die Keycards, die blauen. Ja, haben wir, haben wir, haben wir. Ja, ist, ist, ist. Easy, easy, easy. Boom, Big Stacks. Okay, warte, 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 warte. Keine Kameras oder sowas, let's go. Nee, 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 einfach raus jetzt hier. Jetzt einfach schön. Boah, das wird jetzt richtig stressig, das alles da reinzubekommen. Digga, was machst du? Brauchst du da irgendwas ab? Nee, Digga, ja, ja, ich hab hier vorne eine XP-Farm. Let's go. Oh, Digga, ist das stressig. Easy money, holy shit. Hab das nur mal zurückgehen, oder? Wir holen leer und alles, ja. Bro, Sparkasse, Dienstlaken, ausgenommen. Alles krass. So, WLAN, 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 Kleiner Lega, und mir Geld betrogen. Das ist geil. Digga. Boah, Junge. Der 6-jährige Felix, der so ein Sparbuch hat mit 7,50 Euro, der Typ. Es trifft immer die Richtigen, sag ich, ne? Immer den kleinen Spar. Hör mir auf. Ey, ich pack wie ein Hurensohn. Ich pack ungefähr so, wie ich meinen Koffer packe, wenn ich in den Urlaub fahre. Das ist natürlich katastrophal, aber egal, passt. Let's go. Für mich ist nur Gleitgeld im Koffer. Kriegst du alles rein? Ja, ich versuch. Ja, komme, 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 komme. Easy Money, easy Money. Ich sag ehrlich, insgesamt sind es 65.000. Das ist auch nur ein Placement, ne? 88.000 haben wir. Yeah. So. Schön. We done so. Let's go. Easy Bro, easy, raus hier aus dem Spaß. Oh mein Gott. Wundervoll, wundervoll. Stark, 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 stark. Kriegen wir auf dick XP direkt. Dann direkt in die nächste rein. Wir machen als nächstes den, äh, machen wir den Juwelier. Den Juwelier haben wir, finde ich geil. Let's go, Digga, wir holen uns Mark Gebauer. Okay. Was gibt's denn alles? Lass mal erst mal... Oh mein Gott, man wird direkt der Karte, holy shit. Okay, sorry, Digga. Ähm. Was haben wir, aber hier sind, das Ding ist, hier sind alles Fenster, die können wir halt nicht kaputt machen, Bro. Guck mal, hier war ein Guard, siehst du den? Ja. Ich glaube hier, hier rum rein irgendwo. Ja, glaube ich auch. Okay, dann lass die Daffel Decks holen, Bro, dann gehen wir. Okay, wir gehen auf Risky, Bro. Sag mir, wenn er dreht, musst du abschießen. Äh, schieß mal übrigens, schieß mal ganz kurz so ne Ratte ab. Oh, ja, ja, schieß, schieß, schieß. Danke. Okay, äh, wir müssen so n Ding suchen. Ähm. Hier draußen ist keins, Bro. Wir sind gefickt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, 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 ich mach schnell auf. Wie viel Zeit hast du noch, wie viel Zeit hast du noch? Ja. Was war's? Wirklich? Ja. Hier draußen ist keiner gewesen, ich bin einmal außen rumgelaufen. Scheiße. Okay, dann noch mal, dann noch mal. Ich glaube, ich glaube, wir müssen es so machen, dass wir, dass ich das direkt anlocke, wenn er wegdreht. Und dann müssen wir, dann müssen wir hoffen, ähm, dass wir das gerechtzeitig bekommen. Dann nimmst du das Handy von dem, gehst rein und macht Piw, Piw, Piw. Dann sind wir good to go. Ist der dumm? Bro, die haben aber Stevie Wonder als, äh, als fucking Guard. Der Typ sieht Gornix, Alter. Holy shit. Das ist crazy. Okay, 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 ich geh direkt hinterher. Okay, ich bin dran. Sag Bescheid, wenn er sich umdreht, ja? Wie lange brauchst du noch? Äh, bin fertig. Tür ist offen, Tür ist offen, Tür ist offen. Okay, warte. Okay, lass kurz warten, bis er noch mal geht. Dann haben wir vielleicht ein bisschen Zeit. Vielleicht müssen wir den sogar gar nicht killen. Dann können wir nächstes Mal einfach reingehen. Warte, warte, warte. Okay, das ist ne Kamera, Achtung. Hier ist, hier ist so ein Detection-Ding. Wir könnten die Kamera halt ausknipsen, Bro. Da kommt er halt von draußen rein, wahrscheinlich. Ja, er kommt von draußen rein, perfekt. Schön. Jetzt Handy absippen hier. Boom, perfekt, okay. Ich steck alle Stecker um. Haha, oh Gott. Oh nein. Ja. Also Bro. Mach den Gang noch mit jetzt zum Pressen, Alter. Okay, nochmal. Let's go, let's go. Wenn er drehen, schießt du ihn tot, ja? Ja, ja. Ja, vielleicht können wir uns doch raus argumentieren. Ja. Ja, wir wollten hier nur, wir sind Handwerker. Entschuldigung. Hier, hier, hier. Du kannst das reinbringen. Das Handy reinbringen. Schön, Bro. Und den Typen auch reinbringen. Ah, da war's. Oh nein. Bro, du. Du, ne? Ich dachte, du machst die. Nein, nein, Bro. Ich sollte den Typen reinbringen. Ja, scheiße, mein Bad. Ich hab vergessen, dass wir die auch noch machen müssen. Rein, du der hier. Sack. Würdest du sagen, passt so? Weißt du was? Soll er in der Ecke verrocknen? Ja, komm, juckt, oder? Man, man. Der ist stuck in der Door, den kriegen wir da nicht raus. Doch, doch, hier so. So. Weißt du was? Komm her. Zu den Ratten, wo er hingehört, der Schwein. Was hast du davon, wenn du im Hamsterrad arbeitest, Kollege? Okay, wir brauchen hier ne Keycard, Bro. Ja, ja, lass hier hoch, lass hier hoch. Das Game is no joke. Geil eigentlich, ne? Ja. So, easy. Okay, was sagst du? Hm. Hinter der einer Tür ist ein Porsche, hinter der andere Tür. Oh, fuck. No, MrBeast Video. MrBeast Video auf einmal. Hm. Okay, du hast eine lebensgefällige Krankheit. Hinter der einen Tür ist tatsächlich eine Heilung für dich. Hinter der anderen Tür wird deine Schwester erschossen von mir. Welche Tür willst du, Mann? Hm. Ich würde diese Rechte nehmen. Das war falsch, deine ganze Familie stirbt. Ist irgendwas? Clear, clear. Okay, hier haben wir ein Ding, Simon. Oh, ja, 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 stimmt für Handy. Hier ist Keycard, Bro. Hier ist Keycard gewesen. Oh, wichtig, wichtig. Ist das die grüne? Für Utility Room. Lass mal gucken, oder? Lass gucken, dann machen wir den erstmal aus. Bro, bist du dumm? Oh, oh. Oh mein Gott. Scheiße, ist der dämlich, der Typ. Hier, hier, hier. Hier, Bro, hier, hier. Du läufst auch falsch. Okay, scheiße, du mir dämlich, Bro. Ist es die? Oh nein, das ist nicht die. Fuck, okay. Dann leg die erstmal hier in die Daffel weg, Bro. Doch, doch, doch. Oh ja, doch, wa? Okay, Alarm ist jetzt aus. Geil. Ich räum mir kurz auf. Mülltrennung. Okay. Oha, guck mal! Ey, Digga. Ganz, wir machen so Stealth, wir wichsen jetzt aufs Sandwich. Wir wichsen jetzt aufs Sandwich. Und wenn er wiederkommt, dann frisst er unsere Wichse. Warte, wir geben das den Polizisten, die da auf Toilette liegen. Ja. Gib ihm das Sandwich. Und ich mach noch einen Banger-Joke. Hier, damit hast du nicht gerechnet, du Hurensohn. Guck mal da, Taschenrechner, verstehst du? So, und jetzt friss. Okay. Friss unser Wichs-Sandwich. Let's go. Oh, Keks-Wixen verloren, der Typ. Das ist crazy. Friss unser Wichs-Sandwich. Kommt ja die soziopathischen Räuber, die so die Geisel zwingen, die Wichse von denen zu essen. Ist das krank, ist das krank. Okay. Wie nennt man dieses asoziale Spiel? Mein Leben. Gänsehaut. Okay, ich mach rechts auf. Okay, Rätschenraum zuerst. Ich mach rechts auf. Aber da würde halt ein Bulle drin sitzen, ne? Und hier ist kein... Und hier ist kein... Achso, ja, auch. Wir haben halt... Bro, warte, 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 bevor du das machst. Wenn wir den killen, sind die Kameras aus, Bro. Ja, aber wir haben kein Ding. Aha. Oh. Hier ist die Keycard. Aber wir haben kein Ding mehr, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich hab die Keycard in das Ding gebaut. Ich hab hier oben wieder zugemacht einfach, Bro. Ist egal. Weil maybe können wir den einfach lassen, weißt du? Mhm. Selbst können wir jetzt mit der Keycard definitiv den Tresor machen. Das geht. Aber im Laden sind ja auch noch Sachen und da müssen wir halt schießen für. Boah. Weißt du? Meint ihr, man kann Stealth auch den kompletten Laden ausrauen? Das wäre crazy, ne? Fangen wir auf. Okay, der Bolt ist schon mal auf. Easy. Ja, Bro, das ist über viel auch, ne? Also das ist richtig viel. Boah. Digga. Okay, also die Frage ist halt... Hier sind Rolies, Ringe, Chains... Bro, Mark Gbault, die Security so ass. Das ist krass. Bro, Rito. Der hat Stevie Wonder einfach eingestellt. Wirklich verrückt. Okay, pass auf. Ich werf grad Stacks die Treppe runter. Achte. Du kannst aufsammeln. Das müssen wir oben eigentlich auch mitnehmen. Sehr geil. Auch seinen Gang von mir. Bro, das ist ja schon so viel Kohle, was wir hier rausgeholt haben. Goldene Casio. Das Full Stealth. Ja, wir wurden dumm gescannt. Ey, wenn eine Uhr so 15... Na, was wird die wert sein? 10? 15? Und 5 Uhr, dann ist das wegen Hut bezahlt. Lass aber so vorsichtig gehen, wie es geht, wegen Fenstern. Wir waren auf jeden Fall hier nicht einkaufen. Warte, lass dich erstmal alles reinbringen, Bro. Digga, 43k. Boah. Boah. Easy. Okay, was machen wir mit denen jetzt von vorne? Dann müssen wir allen halt nen Knipser geben, sofort. Das sind 3 Koppers. Die Frage ist halt, können die Alarm auslösen, wenn wir die sofort knipsen? Weißt du? Schießt alles tot. Let's go. Okay, wir nehmen den Rest noch mit. Schießt keine Zivilisten tot. Ich hab eventuell grad einer schossen. Ich auch. Okay, pass auf. Ich halte SEK fern, du machst die Dinger voll. Okay, ich hol die Duffelbacks, oder? Ja. Noch einer, Dad? Oh, die sind schon drin, Bro. Die sind schon bei mir drin. Ich sterb fast, ich sterb fast, Bro. Ich weiß nicht, sollten wir gehen einfach? Nein, 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 komm. Komm in den Laden rein. Okay, okay. Ähm, wir haben nen Duffelback-Problem. Nimm einfach mit, was du kriegen kannst. Ja, ich muss die Duffelbacks leer machen. Einen Moment. Ich geh gleich drauf. Ich geh gleich drauf, Kevin. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, hier ist die Beauty, Alter. Bro, Bro, Bro. Komm, wir verkacken das. Wir verkacken das. Bitte komm, bitte komm. Wir hauen ab, wir hauen ab, oder? Bitte komm, bitte. Ja, aber schnell. Schnell. Geil. Okay, drück drauf, Bro. Drück drauf. Oh. Zivilian, egal. Digga, wie stressig. Alter, okay, man kann's da so nicht Stealth machen vorne. Mhm. Dann müssen wir, glaub ich, bestes Equipment haben, dass wir so full-on rein gehen. Aber das war trotzdem gut, war geil. Bis auf das Ende war's sehr solid. Sehr solid. Ja, no joke. Okay, wir müssen jetzt die Mona Lisa klauen, Bro. Man, Junge, du mit deinem scheiß Holzbein, Junge. Was soll das, Digga, Bro? Wir sind ein inklusiver Betrieb. Okay. Das ist crazy. Okay, hier vorne ist zu. Wir sind zwei ganz normale Herren, die halt nachts das Museum begutachten wollen und? Um was geht es gerade? Oh, hier ist Hintertür. Wir müssen eine Mona Lisa klauen. Eins. Ja, okay, das sieht sehr gut aus. Hier sollten wir reingehen, Bro. Okay. Okay, man darf nur eine Tür davon aufmachen, die andere ist anscheinend Alarm geschützt. Gut, dann fangen wir nochmal neu an. Drei, vier. Boah, sind hier viele, Alter. Lass alle Gemäle voll wichsen. Ich wichs den Schrei voll. Oh ja, guck mal, ich komm in seinen Mund. Ey, nimm's Headless hier. Wo? Nachts im Museum, hier vorne. Da, guck mal. Adam Seller ist tot. GG. Let's go, Leute. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt. Neustadt, let's go. Okay. Let's go, Chad. Oh, fuck, 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 rein, 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 rein. Okay, ich glaube, wir müssen einen knipsen, oder? Obwohl, warte mal, lass mal warten, was der macht. Kann man den kiten, das Schwein? Oh, der ist perfekt, der ist perfekt. Warte, 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 warte. Der guckt nicht hin. Oh, doch, er guckt hin. Du musst ihn rumhängen, stell. Stell, 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 vor dir, vor dir. Okay, jetzt nimm die Karte, nimm die Karte. Und zweit die. Okay, schön. Das waren zwei, Digga. Ich wurde gefickt, das war ein zweiter noch. Okay, Raum ist offen hier. Okay, hier gehen wir erstmal rein. Ich find's auch geil, wie unfassbar lowkey das ist, dass hier so unfassbar viel Blut ist. Okay, hier links um die Ecke ist direkt ne Cam. Cam. Ja, okay. Ja, müsstest du eigentlich, oder? Ne, 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 können wir noch nicht, Bro. Wir brauchen so ein, äh, so ein Ding für die, weil das kommt ja direkt ein Polizist immer. Wir brauchen erst so ein Ding, was, äh, dass wir das wegmachen können. Komm hier hin. Jetzt lass hier lang. Nice. Kameras gedreht. Okay, wir sind gefickt, Bro. Hier ist nix. Wir brauchen ne Key Card. Wir müssen als erstes, wir müssen zurückgehen, wir müssen ne Key Card finden. Oh! Oh mein Gott, sorry, ich bin so dumm. Oh mein Gott, Digga. Sorry, my bad. My bad, my bad, my bad. Okay, aber an sich war's gut. Wir müssen nur nächstes Mal ne Key Card finden. Okay, Kevin. Wir hatten grad noch Input im, äh, Chat. Form einen All-Onlock-Schüssel mit deiner Wichse. Das heißt, wenn wir genau so ins Schloss wichsen und das verkrusten lassen, können wir's rausziehen und damit alles aufschließen. Ja, dann können wir's rausbrechen. So ist er früher in seine Schule eingebrochen. Meinst du, es geht, dass man so viel in ne Socke rein wichst und die dann hart wird, dass die dann wirklich so steht? Wie so eingefroren? Bro, ganz ehrlich, ich hab ne ganze Sommer Zeit. Lass es ausprobieren. Ja, ich glaub, das würd ich wirklich ja mal ausprobieren. Das krach, wenn wir uns wirklich abwechseln. Weißt du, das sind die Fragen, die die bei Galileo Big Picture nicht beantworten. No joke. Aber bei Galileo Dick Picture hoffentlich. Mit Galileo Dick. Mit Galileo Dick. Mit Galileo Dick. Top 10 der besten Dickpics. Okay. Mit Iman Abdallah. Dann werden einfach nur Schwänze gerated. Öffentlich im TV. Ist das geil. Crazy. Hey, gut. Duffelbeck lassen wir hier, oder? Ja, ich nehm nur den Lockpick mit. Duffelbecki. Bro. Bewegt sich noch die Drecksmaus. Wir hatten in unserer alten Wohnung im Innenhof Ratten und mein Bruder hatte panische Angst, dass der Rattenkönig bei uns ist. Weißt du, was der Rattenkönig ist? Das sind so 40 Ratten, die mit ihren Schwänzen aneinander gewachsen sind. Und so zu einem Rattenknäuel werden, Digga. Mein Bruder hatte panische Albträume davon, dass der Rattenkönig nachts kommt und die beißt. Das gibt's nicht, Digga, what the fuck. Bro, Google der Rattenkönig, Digga. Den gibt es. Bro, den gibt es nicht, what the fuck. Der Rattenkönig ist real. Der Rattenkönig kann ich nicht verletzen. So eine Scheiße. Doch, der ist real. Nein, Mann, was labern die von der Scheiße. Doch, der Rattenkönig ist real. So eine Scheiße, Digga. Mann, Bro. Meinst du, ich kann es unlocken, wenn die Kamera wegdreht, oder dreht die sich nicht weit genug weg? Oh, das Ding ist halt, dahinter ist halt auch wieder ein Polizist, ne? Also jetzt könnte ich es halt mal tryen, aber ich glaube... Ja, nee, nee, der Polizist zieht mich straight an. Mann, Junge, du kleiner... Gottverdammter Bastard, Alter. Okay, warte, der kommt jetzt hier raus, der kommt jetzt hier raus. Warte, hier kommt jetzt einer raus. Einer sagt, die Camp kann man abschließen. Nein, nein, Bro, das sehen die doch, Digga. Da sind 3000 Leute, Mann, die labern nur Scheiße. Aber einer meinte, die Camp kann man abschließen. Ja, vorhin meinte auch jemand, wir können oben in einen Typen da einfach gehen. Ja, Bro, ein Kollege von mir meint auch, es gibt den Rattenkönig nicht. Was für ein Quatsch, oder? Es gibt den Rattenkönig nicht, Digga. Ich hab zwei Duffelbacks in der Hand. Ich hab zwei Duffelbacks in der Hand. Wie? Mit einem Glitch. Ich hab zwei Duffelbacks, guck mal. Oh Gott. Oh Gott. Das ist der Rattenkönig. Digga. Deutscher Beyblade, Alter. Oh Gott. Hallo. 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 Chill mal. Ja, toller Trick. Danke, Chat. Wie macht man das? Man muss an den Rattenkönig beliefen. In meiner Welt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es den Rattenkönig nicht. Es gibt den Rattenkönig und es gibt den Lattenkönig. Wir müssen auf jeden Fall ins Manager-Office. Was? Da ist ne Cam, links oben. Pass auf. Oder? Hi. Ne, hier ist keine Cam. Ich bin Revinzeit. Dann lass mal her. Was da machst du? Wo, 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 wo? Mein Gott, du bist so dumm. Wo? Wo? Ich hab doch gecallt, da ist ne Cam. Hier oben in der Ecke. Hier, da, da, da. Guck da. Oh, da. Na. Die wurde mir im Retort nicht angezeigt. Ich hab keinen, ich hab keinen Bein bekommen. Worst Robber of life, man. Nein. Wir müssen doch vor allen Dingen in den Raum hier rein. Der ist useless. Wir müssen in den hier. Ja, 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 ja. Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Okay, schießt den Typen gleich, wenn er da ist? Schön. Sehr gut. Sehr gut. Anderen Raum jetzt. Anderen Raum. Bro, hier ist nichts. Okay. Fucking stupid. Und achte auf Kamera. Dann gehen wir hinten raus und machen Alarm aus. Weißt du, was ich meine? Mhm. Okay. So warte, wo ist die Kamera? Hier ist eine Kamera drin auf jeden Fall. Siehst du eine? Nee. Hier ist keine. Real Talk, hier ist keine diesmal. Ab Keycard. Sehr gut, sehr gut. Wir müssen warten, bis die woanders hin move. Ja. Lass jetzt unter die Kamera. Ja, und jetzt rüber. Okay. Scan das, scan das. Geht nicht. Schön. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, jetzt Alarm ausmachen hier. Oh, traumhaft. Sind damit auch Kameras aus? Nein. Du bist so ein Bastard! Mann! 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 Boah, warum wir den Crash nicht eh gehört haben. Okay, ich geh rein. Wir machen das auf Quick, Bro. Wir haben das schon mal gemacht, wir kriegen es nochmal hin. Okay, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Mach zu. Okay. Ich warte hier, du holst sie alleine. Kurz, bis sie woanders hin turnt. Dann filmt sie nämlich dich auf der Streppe. Achtung, jetzt filmt sie dich. Sag mir, wenn die Cam wieder da ist. Mach ich. Also wenn sie zu dir guckt, quasi. Digga, man kann Emotes auch crouchen machen. Dann macht ihr das nur mit den Armen. Jetzt, 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 jetzt. Ist das kacke. Soweit sie turnt, komm ich hoch. Oh mein Gott, Bro. We got Players. Hast du's? Okay, geil. Enter the Art Exhibit. Okay, jetzt können wir die Tür hinten vielleicht aufmachen. Welche? Die andere, die andere Tür. Wege an Avalage, checkst du? Ohhhh. Digga, ja. Oh mein Gott, wie smart dran. Hab ich gar nicht mehr gedacht. Okay, ist offen. Junge, ja. Ja, 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 ja. Das sind so die Backrooms hier. Oh. Wo? Oho, wo ist der Tresor? Oho, wo ist der Tresor? Oho. Was denn? Ach Bruder, Arschlecken, Alter. Ich hätte die Kamera einfach abschließen sollen. Oh mein Gott. Oho. Okay, wir sind aber in der Alt Exhibit drin. Ja, ich hab mich gut gespottet von der Kamera, Bro. Fuck. Okay, wir machen's nochmal und dann kommen wir wieder. Revi, wie kommst du mit deinem Vornamen Amadeus klar? Es geht. Es ist in Ordnung. Mann, Digga. Was ist diese Nachricht, die du immer da vorliest? Ist es so die eine die eine Nachricht, die zwischen deinem Fosser-Bot, deinem Night-Bot und deinem Mo-Bot auch actually eine richtige Nachricht schreibt? Ja, genau. Und zwischen den ganzen Beleidigungen und dem Finanzamt Köln-Nord. Wir wissen, wo du wohnst, komm endlich raus, wir haben dich. Weiß nicht, was die von mir wollen, Digga. Ich hab Klingeln ausgemacht. Was wollt ihr tun? Kommt doch hoch, kommt doch hoch. Geht nicht, ich mach nicht auf. Okay, okay, okay. Wir gehen hinten wieder rein. Bro, ich checke nie, wenn jemand in so ein Museum einbricht, ne? Die klauen, die fucking Mona Lisa. Bro, wer kauft das außer Jeff Bezos? Keiner, Digga. Keiner sagt, oh ja. Achso, das ist die echte Mona Lisa? Warte, aber hängt ihr nicht in Louvre? Na egal, jetzt hängt sie bei mir zu Hause, wa? Das wird schon richtig sein, Diggerschen. Hast du Karte, ja, ne? Äh, nee. Oh, du dreckiger. Halt deine Fresse, du dummer Bastard. Ein Rattenkönig leugnender Nuttensohn. Aber irgendwann wirst doch du die Wahrheit erfahren. Ist der Cam. Oh, Security, ja, da haben wir ja die Kameras aus, oh mein Gott. Ja, aber die Frage ist halt, Bro, wenn wir jetzt einen umlegen müssen, ne? Ja. Was wahrscheinlich der Fall ist, dann müssen wir halt gucken, wo, ne? Ist da ein so ein Ding zum... Nee, ne, ne, ist nicht, ist nicht. Scheiße. Vielleicht hätten wir das hier saven müssen, aber dann hätten wir die Camerun da oben gecatcht. Oh, oh, oh. Was? Was? Also jetzt reicht's mir, Bro. Was? Wie? Aber, Bro, real doch, wie? Ich war schon lange aus dem Raum raus. The fuck? Bro, aber für real, wie? Ich check nicht, ich check nicht. Digga. Mona Lisa, warte, ich werfe hoch. Wo? Kevin, komm, geh nach oben. Mhm. Komm her. Wir ziehen durch. Nimm. Nochmal, nochmal. Kannst du sie graben? Hier, hier, hier. Hopp, hopp, hopp. Okay, warte, ich hole noch mehr raus. Komm. Na, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ja, das 7, das 7, das 7. Kommen wir nicht mehr raus, wa? Reto, wir nehmen die XP mit. Fuck it. Bro, wirklich, das ist wirklich die schlechteste Spezialeinheit überhaupt. Hier ist gar keiner. Ja, Bro, dann lass uns doch ausräumen. Lass uns ausräumen und chillen. Hier. Dann ziehen wir jetzt durch. Ja, okay, okay. Dann zieh wir durch. Ja, okay. Ja, okay. Oh, 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 oh. Wir holen das jetzt, wir holen das jetzt. No joke, Bro. Wirf Duffelbeck runter, wirf Duffelbeck runter. Haben wir hier nicht, oder? Doch, im Nachbarraum. Was für powerlocked. Ich komme nicht raus, weil da hinten ist ein Stromkasten, den musst du machen. Guck mal geradeaus, siehst du das da, diesen Kasten? Ja. Da musst du hin, den musst du deaktivieren. Boah, ich glaube, das kriege ich nicht hin, Bro. Das schaffst du, Bro. Digga, bist du da real stuck gerade? Ja, ich komme hier nicht raus. Ich leg dir alles hin, Kevin. Wenn ich leg hier alles hin, dann packen wir unsere Dings und lieben. Dann machen wir die Mission so. Full safe geht wohl gar nicht. Okay, okay, okay. Passiert. Du musst vier Stück davon deaktivieren. Nee, fuck it. Kommst du. Boah, hä? Als ob wir... Hey, Digga. Hier ist doch keine Special Force. Wir schaffen das doch. Wir kriegen das doch hin. No joke. Bro, hä? Digga, wo geht er denn hin? Digga, bitte komm hier. Hey, wie kann ich hier rauspacken? Bro, ich schieße ihm so dreimal den Kopf. Der hält sich so den Kopf, als hätte... Digga, lässig. Bro, Apex Legends, Alter. Holy shit. Junge, alter, chilliger Slide-Dog. Bro, der hält sich wirklich so den Kopf... Ich schieße ihm so dreimal den Kopf... Er hält sich so den Kopf, als hätte er so einen blauen Fleck einfach. Oh, das vernutterte Doppelback. Gib Stoff, Bro, gib Stoff. Nimm mit, nimm mit. Soll ich die zwei schon mal wegbringen? Ja, komm. Kommt noch welche draußen? Jemand hat geschrieben, das ist Elton, Bro. Das war Elton auf seiner Playstation, Junge. Okay. Ich laufe zum Truck. Hinter dem mit einer Katze in der Hand. Nee, oh. Boah, wir haben ja richtig viel. Wir können mehr holen. Lass alles leer machen. Wir ficken diesen Laden. Hier hast du den Doppelback? Ja, aber die Sachen sind alle einzeln. Hier draußen, hier draußen, draußen, alles draußen, alles draußen. Hier, 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 hier. Dann pack du die Sachen rein und ich hab das letzte große Teil. Das passt sich in den Doppelback rein. Achtung, Juggernaut. Ja, haben wir alles. Können wir, können wir, können. Juggernaut, Juggernaut. Hier ist noch ein Teil. Juggernaut. Yo, wer ist er? Holy shit. Wir müssen den Outrunnen, wir müssen den Outrunnen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Das Down ist down. Let's go. Nimm das letzte Teil. Nimm den Doppelback und let's go. Oh, wie stressig, Digga. Noch ein Juggernaut, noch ein Juggernaut. Ja, nice. Noch ein Juggernaut, Bro. Ja, ich fick den. Digga, er hat ein ganzes Magazin in den Kopf bekommen. Alter, what the fuck. Okay, schön, jetzt gehen, jetzt gehen, jetzt gehen. Go, 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 go. Junge, wer ist er? For real talk. Recoil gibt's ja auch nicht. Digga, es gibt keinen Recoil, man hält einfach links Klick. So geil, man muss nicht runterziehen. Hast du zwei Teile bei dir drin? Zack, zack, ja. Let's go, wir haben alles. Let's go. Stark, Junge, stark. Oh, schön. Ich sag mal, es war so halb stuff. Ja, ja, geht schon, geht schon. Sehr geil. Great, so funny.